Hey Elisa, erzähl doch mal, wie bist du auf REX aufmerksam geworden und wie fang dich dein Bewerbungsprozess ab? Ich bin auf REX über LinkedIn aufmerksam geworden. Über die Internetseite und Social Media habe ich mich über REX informiert und das dynamische Team hat mich direkt überzeugt, mich auf die TFA-Stelle über die Webseite zu bewerben. Danach wurde ich zum Kennenlerngespräch mit Cynthia eingeladen. Da wir uns super verstanden haben, erfolgte das persönliche Kennenlerngespräch und mein Probetag in der Praxis. Ich wurde von der Praxismanagerin Maria begrüßt und durfte mich umziehen. Anschließend hat sie mir noch die moderne Praxis gezeigt und ich habe das Team kennengelernt. Jetzt war es an der Zeit, meine Fertigkeiten als kompetente TFA unter Beweis zu stellen. Am Ende des Tages durfte ich das Probearbeiten mit Maria noch einmal Revue passieren lassen und Fragen stellen. Alles verlief sehr positiv und ich habe Cynthia eine Nachricht geschrieben, dass ich sehr gerne bei REX arbeiten möchte. Daraufhin hatten wir einen abschließenden Call mit der Zusage. Wenn auch du Teil des REX-Teams werden möchtest, egal ob tiermedizinische Fachangestellte oder Tierärztin, bewirb dich online bei uns. Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf dich!